Seit Monaten laufen auf Sardinien heftige Proteste gegen Windkraftanlagen, die in landwirtschaftlich genutzten Gebieten errichtet werden sollen. Hinter der grünen Fassade der erneuerbaren Energien verbergen sich wirtschaftliche Spekulationen, die die Umwelt zerstören, sagen die Demonstranten laut dem Corriere del Italianita. In einer Region wurden 860 Projekte zum Bau neuer Windparks zur Genehmigung vorgelegt. Dies würde jeweils den Bau von 240 Meter hohen Windrotoren bedeuten, die auf Stahlbetonfundamenten ruhen, die pro Windrad größer als ein halbes Fußballfeld sind. Nach Angaben der Demonstranten schützen diese vordergründig als Umweltmaßnahmen deklarierten Windräder nicht nur in keinster Weise das Landschaftserbe, sondern hätten bereits irreparable Umweltschäden verursacht. Im Hinterland von Cagliari starteten daher einige Bürger den Olivenaufstand, eine spontane Gemeinschaftsaktion. Sie pflanzten Olivenbäume und andere Pflanzenarten genau dort an, wo landwirtschaftliche Flächen zum Bau der Windparks enteignet werden sollten, von vielen als Energiespekulation angesehen. Eine Unterschriftensammlung fand binnen weniger Tage 10.000 Unterzeichner. Unterm Strich ist die Bevölkerung von Sardinen nicht gewillt, sich weder die dubiosen Windräder noch die damit verbundenen Umweltzerstörungen noch die verkappten Geschäftemachereien aufzwingen zu lassen. Unsere Sendung »Schlechter als nur heiße Luft – Die Akte Windkraftanlagen« zeigt fundiert auf, wie begründet und wichtig der Widerstand ist.